Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es DDR-Jägerschnitzel mit Omasbuttermöhren. Dafür benötige ich Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln, Butter, Jagdwurst, Semmelmehl, Ei, Mehl und Gewürze. Als erstes schäle ich die Möhren und schneide sie in Scheiben. Die Zwiebeln halbiere ich und schneide sie in grobe Stücke. In einen Topf gebe ich ein gutes Stück Butter und lasse es schmelzen. Danach gebe ich die Möhren ohne Gewürze dazu. Nachdem ich alles einmal gut verrührt habe, gebe ich den Deckel darauf und stelle den Herd auf kleine Stufe. Nun kann das Ganze für ca. 10 Minuten vor sich hin köcheln. Zum Schluss würze ich das Ganze mit einem halben Teelöffel Muskat sowie einen Teelöffel Salz. In eine Pfanne gebe ich etwas Öl und fange an, die Zwiebeln anzurösten. In der Zwischenzeit paniere ich meine Jagdwurst. Als erstes wende ich sie in Mehl, dann gebe ich sie in Ei und zum Schluss gebe ich das Semmelmehl darum. Nun wird das Jägerschnitzel mit den Zwiebeln kross angeröstet. Zwischendurch wird immer alles einmal gewendet. Auch die Zwiebeln werden immer wieder umgerührt. Nun ist mein Essen fertig und ich kann anrichten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.